Frederikswagen läuft und rennt und rennt, ganz vorne weg. Kai steht da vorne. Was ist los? Kai hatte einen Reifenschaden. Kai hatte einen Reifenschaden? Ja, Reifenschaden. Wir hatten einen neuen Reifenschaden. Wir müssen noch mal Attacke unterholen. Frederik macht die Nummer ganz gut. Ja, sieht gut aus. Der Clio ist allerdings ganz schön schnell da unten im Märkten. Mal gucken, ob man das halten könnte. Okay, ich bin gespannt. Ja, wir auch.